aber nach kunden angriff kann das ding auch noch ja gut das kriegen wir alles hin artillerie wo 6 positionieren wir mal da positionieren nicht da wenn ich einfach unten rumlaufen funktioniert das vielleicht wir haben 20 schaden dass er fünf schaden nein er macht nur für sie macht mit dem jetzt nur vier schaden doch da hat er immer noch sieben Schöner Crit wäre jetzt gut. Gefallen würde er mir auch vermutlich nicht tun. Ne, ist immer noch nicht weit genug. Er macht biebenschappen. Okay. Dadurch wäre ich mich mal nett. So, hier hat das noch ein. Wir haben ja Cheap Cheap. Die Massen. Und jetzt haben wir ein Cheap Cheap. Oh, der hat nur einschalten. Puh, der kann ja gar nichts. Der kann ja gar nichts, die Zweiten. Das Problem ist, der hat jetzt schon wieder ein Schutzschild. Wieso haben wir alle ständig Schutzschilder? Ich habe jetzt keine Raketen mehr. Ähm... Das ist schwer ein Panzer, ne? Oh, hier steht außerhalb der Reichweite. Geil. Ähm... Und dann da noch ein Cheap Cheap, bitte. Zur Ablenkung. Vielleicht funktioniert es ja. Hm... 1. 1. Das ist... Alter... Na, das funktioniert jetzt über die Ablenkung. Sehr gut. Ja, so halt. So haben die noch mehr Truppen? Nein, okay. Dann gehen schon die Truppen aus. Hoffe ich. Vielleicht. Oh Gott. Du gehst mir jetzt bitte. Danke. Gut, also du kannst mich mit allem angreifen, ne? Ja. Unter der Bedingung gehst du mal vor. Hast du auch Raketen mehr? Jetzt greißt mal den da an. Ähm... Schieß mal den so ein Schild weg. Und stirbst dabei. Kommt auf keiner an meine Artillerie ran? Nein. Neue Cheap Cheaps bauen. Ich hab eh so viel Ressourcen. Na, warte. Jetzt fährt er hier nicht. Nein. Ja, das ist... Da hinter ein Kurzweil komme ich glaube ich wieder, wenn die Schlacht vorbei ist. Da hinter ein Kurzweil komme ich glaube ich wieder, wenn die Schlacht vorbei ist. Hoffe ich jetzt einfach mal. Hm... Hast du neue Raketen am Start? Zehn. Fünf. Hm... Was machst du nen Schaden? Vier. Habe ich neun? Kann ich nur noch einmal angreifen? Das geht nicht. Oder warte mal... Nee, ich schmal was will ich nicht. Klar geht das. Ich greif den da mal an. Du kill den mal. Danke. So kann jemand mal ein Artillerie angreifen? Nein. Gut. Nicht gegen den Ständer stoßen. Das ist jetzt nicht so gut. Ach so. Ich krieg die glaube ich hoffentlich alle wieder. Das wäre sehr sehr vorteilhaft. Was? Ich dachte er hat keine Einheiten mehr. Wieso hat er jetzt noch Einheiten? Das kann der doch jetzt nicht tun. Das kann so nicht erlaubt sein. Fünf, vier. Wer macht das? Wer macht denn das? Schaden sechs. Jetzt kann ich mit ihm irgendwie... Nee. Wenn ich dein schieße... Dann würde ich immer noch sieben hier machen. Vielleicht könnten wir schießen. Ah, ich kann auch meine Artillerie schießen. Das ist ja gar nicht gut. Du musst also erstmal fick. Gut. Ähm. Wer ist denn mit einem hübschen Panzer? Macht mir drei. Das reicht dann. Ich halte das noch? Nein. Guck mal, meine Artillerie ist nicht in Gefahr. Der hat ein Schild. Das schießen wir gleich mal weg. Der macht nicht so viel Schaden zum Glück. So. Der macht hingegen mehr Schaden. Was? Der hat noch mehr Truppen. Ja, gut. Bezug. Noch mehr. Ja, komm. Nach was richtet sich denn das, wie der Truppen ruft? Kanzler? Nee. Kanzler ist kacke. So. Bereit. Gut. Ähm. Zwei. Drei. Ungelegten. Wir gehen natürlich die Fahrzeuge aus. Ja, gut aber. Die killen jetzt das nur eins. Nein, die killen gar keins. Wir hoffen, dass die oben rumlaufen. Geht alles schön oben rum, oder? Ihr wollt gar nicht unten lang. Ja, sehr gut. Ihr wollt alle oben lang. Oben ist gut. Oben ist sehr, sehr gut. Problem ist, dass der da jetzt noch da steht. Ich würde gehofft, der geht da weg, aber. Der hat erscheinbar nicht so wirklich Bock zu tauchen. Ähm. Nee. Er wollt alle oben lang laufen. Das ist einfach, da hole ich nicht so viele Truppen. Mhm. Lauf doch auch mal nach oben, Pisse du dummer. Nein, das ist die falsche Richtung. Jetzt muss ich da erst vorbei. An dem komme ich so nicht vorbei. Nein. Ich hätte da hinfahren können. Ach, ihr Idiot. Ich werde ja nicht rechtzeitig vorbeikommen. Gehen die Jeeps aus. Scheiße. Na, wir haben jetzt einfach Fick Flächenangriff. Ja, nee. So wird das nix. So wird das ja auch nix. Ja, natürlich muss ich mir noch den Zug zu Ende angucken. Die Karten noch nicht so kacke klein wären. Und wieso kann ich am Start nur hier setzen und nicht da direkt? Kann ich jetzt da? Jetzt kann ich da direkt Truppen setzen. Ach, das war der falsche. So ist denn der Kanzler dein Weg. Ich muss noch einen Schritt gehen. Der hat überhaupt keine Reichweite. Einfach durchlaufen. Ja, die werden vermutlich jetzt gleich den Pasta nicht machen. Moment, das wird nicht funktionieren, oder? Das wäre irgendwie lustig, wenn das jetzt funktionieren würde, was ich im Kopf habe. Ich kann die Einheit ja gar nicht da hinsetzen. Dann kann das ja gar nicht gehen. Nein, ich kann da nicht durch. Schade. Ich muss also offensichtlich hier drüber, über diesen einen Punkt... Ja, hallo. Ich würde gerne die Rakete aus... Ich kann hier die Rakete nicht abschießen. Kann er seine Rakete abschießen. Nee, er kann sie schon mal abschießen. Er soll schon mal anfangen. So, kommt noch schneller runter. Er kann auch eher seine Rakete da reinschießen. Sehr gut. Ähm... Ohne Binden. Ja, diese einen Schadenspunkte macht er nicht viel. Jetzt ist alles in diesem engen Ding drin. Ach, da kommt schon wieder der Nachschub. Ich hätte da einen hinstellen müssen. Ah... Kann ich... Das wird gar nicht funktionieren. Es muss doch eine einfache Lösung geben. Ich kann mich auf keine Schlacht mit ihm einlassen. Das sind ficken Truppen so viel aushalten. Ah... Fürstlöwenherz. Ah... Der Kanzler... Nee... So. Guck mal ganz nah ran. Und dann... Kann ich nicht mehr mit der Rakete schießen? Kann ich dann so darüber durchlaufen? Das wäre geil. Ah... Dieser Schockschaden. Der ist nicht so geil. Äh... Was? Ähm... Fünf. Was macht denn noch fünf? Kann ich mit meiner Atelier den da wegschieben? Nein! Was? Wieso funktioniert das? Ich mach fünf Schaden, wenn ich Lust dazu hab. Aber nur, wenn ich Lust hab. Ich kann da immer noch nicht vorbeilaufen. Komm schon. Battle Isle. Ach... Kann mir so kack Ding einfach nicht vorbeilaufen. Kann ich... Jetzt... Ach, es braucht noch ne Runde, was? Ach, weil ich sie am Anfang abgeschossen hab. Vielleicht aber eh nicht. Nein. Das wird so auch wieder nix. Das killen sie nicht. Ach... Einfach, ja. F*** treu. Wenn du zwei Milliarden Stunden rum probiert hast. Ja. Das ist... Diskutables Balancing. Ich könnte... Versuchen... Ja... Spawned hat zwei Milliarden Truppen, wenn ich da versuche runterzukommen. Wieso kann man denn das nicht abstellen, dass der Display sich ausschaltet? Dass sie jeden Dreck einstellen, ne. Aber das, was die wirklich brauchen können, das natürlich nicht. Ja. Spawned nochmal fette Truppen da oben. Warum nicht? Ich treff ihn natürlich nicht mit meiner Artillerie. Ach... Ja, mach ich, das wenn du schaden kannst. Cool. Skorpion-Panzer. Nein! Nein, ich wollte die wegziehen! Machst du doch mal 6 Schaden? Gut, Adlerie ist schon mal sicher. Das war genau so nicht geplant. Ah, er kümmert sich lieber um. Finde ich gut. Ja, lass erstmal die Schwachen drauf schießen, dann können die Starken nicht so viel Schaden machen. Das war ja ein Truppen ist übertrieben. Nein, ich habe es nachgezählt. Das hat alles seine Richtigkeit. Jetzt muss ich mal ein bisschen mehr Schaden machen. Ne, der macht nur 8. Der macht etwa 5. Schatz. Wartier den da mal weg erstmal. Dann schießt du mal auf den. Du benutzt deine Rakete. Ach, regulär machst du 6. Dann wird ja noch mal 6. Wann nehme ich denn noch mal 6 Schaden her? Krabbenpanzer macht 4. Das reicht nicht. Ich muss die Rakete benutzen. Kriege ich jetzt die Rakete? Ich muss jetzt wieder irgendwas anderes benutzen. Das ist eine Rakete. 4. Ich muss auf jeden Fall noch 4 Schaden machen. Der Krabbenpanzer verspricht mir 4. Hält er auch 4? Ja, geil. Er hält auch 4. Ja, geil. Ei. Runde beenden. Ach, der Krabbenpanzer hält sogar was er verspricht. Ich muss einen Bug impen. Habe ich genug Punkte? Machst du mal das Schild weg. Dann kann man Artillerie mal aufräumen. 6. Das ist schon mal Dreck. Du machst nur 4 Schaden. Jetzt kann ich mir nicht mal mehr einen Krabbenpanzer leisten. So ein Dreck. Kannst du meine Artillerie? Du kannst meine Artillerie angreifen. Ich führ dann mal einen Schritt zurück. 3. Na, krieg ich nichts mehr. Ich könnte auch einen Jeep. Ich hätte auch einen Jeep holen können. Hm. Überkündigt. Ach. Nein. Scheiße. Nein. Hört ihr mal an. Auf. Oh, jetzt haben wir Krabbenpanzer. Alles gut. Das ist nur der Jeep Jeep. Nur. Ach komm schon. Hört ihr auch mal irgendwann auf, Truppen zu rufen. Mit Schilden vor allem. Die haben alle. Natürlich haben die alle Schilde. Tod 노래�уль.